Hallo, mein Name ist Günter Weißenseel. Ich bin Präsident von IMS Gear Virginia Beach. Wir produzieren Längstitzverstellgetriebe hier in Virginia Beach für die Automobilindustrie weltweit. IMS Gear ist eine deutsche Firma und der Standort in Virginia Beach wurde in 2000 eröffnet. Wir wurden in 1863 gegründet und haben 10 Standorte weltweit. In Virginia Beach sind wir 210 Mitarbeiter und produzieren ca. 13 bis 14 Millionen Getriebe pro Jahr und versenden diese rund um die Welt. Wir sind von einem 40.000 Quadratfußgebäude zu einem 111.000 Quadratfußgebäude umgezogen und haben unsere Stückzahlen vervierfacht in den letzten drei Jahren und werden diese nochmal verdoppeln über die nächsten zwei bis drei Jahre. Wir hatten uns ca. vier verschiedene Standorte angesehen, bis wir uns auf Virginia Beach geeinigt hatten. Einer der wichtigsten Gründe, hier zu bleiben, sind unsere Mitarbeiter und der kurze Weg des Umzugs. Der Umzug war sehr komplex und es war wichtig für uns, in Virginia Beach zu bleiben. Die Stadt Virginia Beach und der Stadt von Virginia hat uns mit Zuschüssen unterstützt. Auch haben sie es erleichtert, Genehmigungen zu bekommen und Verbindungen mit den wichtigen Personen zu schaffen. Die Zuschüsse werden wir nutzen, um weiter zu wachsen und mehr Mitarbeiter einzustellen und diese zu trainieren. Sie waren sehr hilfreich. Wir sind gewachsen von 54 Mitarbeitern in 2009 auf 210 Mitarbeitern in 2014. Es ist schwierig, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Wir haben uns mit anderen Firmen, Simitomo, Busch und Stihl, zusammengetan und ein Trainingsprogramm zu entwickeln, zusammen mit den lokalen Schulen. Hier in unserem Gebäude haben wir einen Grundergang mental angefangen, der 19 Wochen dauert. Dies ist etwas, wo ich persönlich dahinter stehe und dies auch ausbauen will. Aus unserem Standort Virginia Beach beliefern wir Automobilhersteller aus der ganzen Welt. Es gibt wirklich nicht viele, die wir nicht beliefern. Für mich ist das Leben in Virginia Beach sehr schön. Obwohl Virginia Beach eine Stadt mit über 400.000 Einwohnern ist, hat die Stadt immer noch viel Flair einer Kleinstadt. Man kann nach dem Arbeiten an den Strand gehen und es fühlt sich an, als wäre man im Urlaub. Herzlich Willkommen in Virginia Beach! und da ist es, wie Sie auch am efektiv sind. Und Sie bis zum Übstvey . mit